Hallihallo ein frohes neues wünschen wir frohes und gesundes neues jahr viel spaß viel freude happy new year schön dass ihr wieder da seid genau wir reden heute auch nicht über das essen versprochen sondern darüber warum wir es denn mögen hier im silicon valley zu wohnen ist echt toll genau wir haben alle möglichkeiten wir können an einem tag am strand oder ski fahren es ist klasse wie wir das machen wollen wir heute mal ein bisschen besprechen ganz genau ganz genau weil du musst von hier aus entweder in den osten fahren oder in den westen wenn du in den osten fährst dann fährst du in den schnee in den schnee und zwar nach bervelle oder legtau ganz genau und da kann man dann ski fahren oder schneemann bauen ja oder ganz einfach in der lodge sich gemütlich machen in der valley die haben eine tolle lodge da ist wunderbar wunderbar bisschen urig bisschen 70er jahres stil aber sehr lustig wenig zivilisation also man darf keine hohen standards erwarten aber es ist wirklich toll ja also handys funktionieren da nicht unbedingt nicht wirklich nicht wirklich aber es ist schön wunderbar oder wir fahren an strand in westen dann muss man über die grünen berge highway nummer 17 und bitte rechtzeitig zurückfahren weil du bist sonst heillos im stau ist der einzige weg um dahin zu kommen also um nach santa cruz zu kommen genau santa cruz boardwalk da sind fahrgeschäfte ganz viele fahrgeschäfte ich meine einige von euch haben wahrscheinlich schon filme gesehen in denen die fahrgeschäfte vom santa cruz boardwalk zu sehen sind ja aber wenn ihr darauf jetzt nicht so einen appetit habt man kann da lecker fisch essen gehen ganz genau ganz frisch aber wir wollen nicht vom essen reden ach ja stimmt also das lassen wir aus und nächste woche ganz wichtig wer filme mag der sollte nicht versäumen das berlin and beyond festival in san francisco am castro theater und das geht los am 15 januar es geht bis zum 21 januar genau wir sind am freitag und gucken uns an ludwig der zweite ludwig der zweite wir sind dabei ja ganz genau also wir sehen uns in diesem sinne tschüss 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 wir sehen uns in diesem sinne tschüss